Und hier sind wir mit den Meldungen des Tages und wir schauen bei der ersten Nachricht nach Potsdam. Diese Nachricht geht aber alle im Land Brandenburg an, denn die Landesregierung plant gemeinsam mit der Volksinitiative Verkehrswende Brandenburg jetzt einen Entwurf für ein Mobilitätsgesetz. Das Gesetz soll die rechtlichen Grundlagen für eine klimaverträgliche und sozial gerechte Mobilität in allen Teilen Brandenburg schaffen. Ziel, so Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann, ist es, die Brandenburger künftig noch bequemer, sicherer, zuverlässiger und auch klimafreundlich und ohne Barrieren mobil sein zu können. Der Gesetzentwurf berücksichtigt das Zusammenspiel aller Mobilitätsformen und die unterschiedlichsten Bedürfnisse zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Konkret soll jeweils ein flächendeckendes Netz aus Bus und Bahnen und aus Radwegeverkehrsverbindungen entstehen. Um insbesondere die ländlichen Räume besser zu erschließen, soll im Rahmen der Umsetzung des Landesnahverkehrsplanes ein Vorschlag für ein landesweites Netz von Bahn und Bus erarbeitet werden. Das Auto soll zukünftig zweitrangig eingestuft werden. Im Straßenbau soll das Prinzip Erhalt vor Neubau gesetzlich festgeschrieben werden. Der Entwurf soll möglichst schnell im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens umgesetzt werden, so die Landesregierung. Wir schauen nach Frankfurt. Das Amt für Jugend und Soziales der Stadt Frankfurt führt in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg eine anonyme Befragung bei den Frankfurtern mit Beeinträchtigung durch. Die Ergebnisse werden zur Erstellung der Pflegestrukturplanung Frankfurt oder 2035 insbesondere zur Darstellung der jetzigen Lebenssituation sowie zur Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen für die zukünftige Gestaltung verschiedener Planungsprozesse herangezogen werden. Der Fragebogen kann online abgerufen werden, ist ein komplizierter Link, deswegen nennen wir ihn hier nicht. Aber der Link ist abrufbar unter osftv.de und bei Rückfragen stehen auch Kontaktpersonen zur Verfügung. Diese sind auch nachlesbar auf osftv.de. Wir schauen nach Eisenhüttenstadt, denn da gibt es eine Wiederbelebung einer Gaststätte, die viele Jahre leer gestanden hat und jetzt gibt es wieder eine sinnvolle Nutzung.